Der Grund, warum Spiritualität komplex zu sein scheint, sie ist es nicht. Es ist sehr einfach. Warum sie komplex zu sein scheint, liegt nur an diesem Faktor, dass je mehr du es versuchst, desto festgelegter wirst du. Aber wenn du es nicht versuchst, gibt es keinen Weg. Wenn das zu dir kommt, wirst du sehen, dass deine Meditation in verschiedene Dimensionen vordringt. Shunya bedeutet Verumai, Lehre. Es gibt eine Sache, die du in deinem Leben nicht willst, und das ist, dass du keine Lehre willst. Der Grund für all die Schwierigkeiten, die du in deinem Leben auf dich nimmst, in Bezug auf Ausbildung, Familie, Beruf, Geld, Probleme, alles ist, dass du irgendwie sicherstellen willst, dass dein Leben nicht leer ist. Das ist alles, was du zu tun versuchst. Um jeden Preis willst du sehen, dass dein Leben nicht leer ist. Du hast nichts gegen Schwierigkeiten, aber du willst nicht, dass es leer ist. All der Schmerz, den die Menschen in ihr Leben einladen, nur um Lehre zu vermeiden. Denn Lehre ist das ultimative Gift, das ultimative Gift schlechthin. Du willst nicht, dass dein Leben leer ist. Aber wenn du bewusst leer wirst, ist das der Nektar des Lebens. Das ist der Grund für die Shunya-Meditation. Shunya bedeutet, sich selbst außen vorzulassen. Wenn man die Kunst beherrscht, sich selbst aus dem eigenen Leben herauszuhalten, können schon 15 Minuten Shunya zur Erleuchtung führen. Aber solche Menschen sind selten, die gewillt sind, sich selbst außen vorzulassen. Solche Dinge sind nur möglich, wenn jemand ein tiefes Gefühl der Selbstaufgabe in sich hat. Ohne sie bei der Selbstaufgabe zu unterstützen, ist es nicht unmöglich, aber selten. Es ist durchaus eine Möglichkeit für jeden. Aber die Menschen, wenn Menschen Meditation als einen Trick benutzen, um besser zu leben, stellt sich die Frage, ob man sich selbst außen vor lässt, gar nicht, nicht wahr? Es geht um dich. Der eigentliche Grund, warum du meditierst, ist dein Wohlbefinden. Das alleine ist schon vernichtend. Aber wenn ich den Menschen sage, meditiert einfach, es muss kein Wohlbefinden bringen, werden die meisten Menschen nie meditieren. Wir sprechen daher über Wohlbefinden, den Nutzen, den man daraus ziehen wird, was sehr kontraproduktiv ist. Schau, der Grund, warum Spiritualität komplex zu sein scheint, sie ist es nicht, es ist sehr einfach. Warum sie komplex zu sein scheint, liegt nur an diesem Faktor, weil es ein Prozess der Selbstvernichtung ist. Nur jemand, der gewillt ist, sich aufzulösen. Wie kann jemand sich selbst auflösen? Wenn ich sage, ich werde mich selbst auflösen, wird man festgelegter werden als jeder andere. Versteht ihr, was ich sagen will? Je mehr du es versuchst, desto festgelegter wirst du. Aber wenn du es nicht versuchst, gibt es keinen Weg. Es geht darum, gerade dieses Feingefühl oder diesen Kniff zu entwickeln, sich einfach zu bemühen, aber sich nicht darum zu scheren, was passiert. Das ist der springende Punkt bei der Meditation. Wenn du einfach verstehst, dass es in Ordnung für dich ist, was auch immer passiert, dann hältst du dich langsam aus der Sache raus. Du kannst dich nicht von der Anstrengung fernhalten, aber du kannst dich von den Früchten fernhalten, die sie hervorbringt, nicht wahr? Wenn du das wegnimmst, braucht dir nichts zu widerfahren, kein Nutzen. Auch wenn es dich quält, wirst du jeden Tag sitzen. Wenn das zu dir kommt, wirst du sehen, dass deine Meditation in verschiedene Dimensionen vordringt. Aber die Menschen meditieren ständig und überlegen, bekomme ich genug oder nicht. Das an sich ist schon eine Beschränkung. Aber man kann die Menschen nicht inspirieren, ohne ihnen einen Nutzen zu bieten. Niemand würde meditieren, wenn man ihm sagt, du wirst nichts bekommen. Meditiere einfach. Das ist also der Punkt, an dem Meditationen beschränkt geworden sind. Shunya bedeutet eine nicht-physische Dimension oder das, was grenzenlos ist. Es ist das wertvollste Gut, aber es erfordert ein gewisses Maß an Subtilität, um es überhaupt zu begreifen. Wenn du dich einfach an die Anweisung hältst und dort sitzt, physiologische Veränderungen finden statt, was ein deutlicher Schritt nach vorne ist. Es spielt keine Rolle, was du tust, welche Art von Übungen du machst. Es gibt wirklich keinen Ersatz für Shunya. Allein 15 Minuten Shunya können zur Erleuchtung führen. In deiner gewöhnlichen Wahrnehmung ist es reines Gift, aber trinke es und sieh. Das ist der ultimative Nektar. Wenn du leer wirst, ist alles darin enthalten. Das ist die Anweisung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020